Wie gehe ich in der Meditation mit Tinnitus um? So kann ich doch die feinstofflichen inneren Klänge nicht hören. Es gibt verschiedene Weisen. Zum einen kann man es integrieren in die Mantra-Wiederholung. Der Tinnitusklang wird typischerweise auch irgendwo einen Rhythmus haben und eine Tonhöhe. Man kann diese Tonhöhe und den Rhythmus irgendwo integrieren in den Mantra und dann ist es so etwas wie ein, vielleicht nicht immer harmonisches Begleitinstrument für die Mantra-Wiederholung. Das ist eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit wäre, sich den irgendwo ganz zu ignorieren und den Geist mit etwas anderes zu füllen. Angenommen, jemand sieht einen spannenden Kinofilm, dann wird der Tinnitus auch nicht hörbar sein. Oder angenommen, jemand ist gerade mit etwas sehr intensiv am Nachdenken, ist auch nicht so sehr da. Vieles ist eine Frage, wo richten wir die Achtsamkeit hin. Und wenn er hörbar ist, können wir ihn beobachten und nicht identifizieren und unseren Geist danach auf etwas anderes richten. Und dann ist natürlich auch die Frage, manchmal ist das, was Menschen als Tinnitus empfinden, gar nicht Tinnitus, sondern das sind innere Anahata-Klänge. Insbesondere, wenn so ein hoher Klang ist und der gilt als Anahata-Klang, auch wenn er sehr häufig als Tinnitus identifiziert wird. Also ein echter Tinnitus vom Yoga-Standpunkt aus ist sowas wie ein Bohrgeräusch oder wie das ständige, laute Pfeifen einer Lokomotive oder ein Geräusch wie ein Motor oder ein Sägewerk. Währenddessen so Klänge, ein Fiebston, der würde man eher sagen, ist ein Anahata-Klang. Wenn man dann den hört, dann freut man sich einfach drüber. Und nachdem man sich gefreut hat, dass man jetzt Anahata-Klänge hört, kann man zwei Sachen mit anstellen. Man kann ihn einfach ignorieren und seine normale Meditationstechnik machen, sich freuen, dass da zwischendurch so ein Klang ist, der einen vielleicht an Gott erinnert. Das heißt ja, es ist der Klang der Seele, Gott, der sich in uns manifestiert, als dieser hohe Klang. Das ist mindestens eine schönere Interpretation als ein nicht behandelbarer Tinnitusklang. Und ansonsten kann man aber auch damit meditieren. Und da gibt es ja in der Hatha-Yoga-Pradibhika im vierten Kapitel eine Menge von Tipps über Meditieren mit Anahata-Klänge. Ich habe da auch eine Menge von Vorträgen drüber gehalten im Rahmen der Yoga-Vidya-Schulungsreihe. Es gibt so eine Reihe von Kommentaren zum vierten Kapitel als Video wie auch als Transkription findet ihr alle im Yoga-Wiki. Und da gibt es so einige Meditationstechniken. Man kann das dann auch verbinden mit Konzentration auf die Nasenspitze, auch die Augen nach unten. Das kann man tun, wenn man diesen Klang eher etwas dämpfen will und die Aufmerksamkeit auch etwas ruhiger machen will. Oder man kann die Augen nach oben geben, obere Shambhavi-Mudra und dann gleichzeitig sich auf den Klang konzentrieren, weil der Klang etwas höher, manchmal stärker, manchmal subtiler. Und wenn man sich dann auf den Klang eine Weise konzentriert hat, wird man irgendwann einen subtileren Klang darin hören, der erst leise ist. Man richtet seine Aufmerksamkeit auf diesen Klang und dann wird der stärker. Und Svadmarama in der Hatha-Yoga Pradibhika beschreibt das auch verschiedene Klänge. Also, dass es wie eine Flöte ist, dann, dass es wie eine Laute ist, dann wie eine Kesselpauke, was auch immer dort im Sanskrit steht. Also schon sehr laut kann es auch sein. Oder es kann auch werden wie ein lautes Ohm, das alles überwältigt. Und dann kann es plötzlich sehr subtil und fein werden. Also kommt ein Klang nach dem anderen und irgendwann verschmelzen die Klänge mit dem kosmischen Klang.